eine halbe stunde habe ich auch noch zeit nein ich habe das scharfschützen gewählter war doch gerade mal SMG alter nimm doch mal einfach das was du nehmen sollst du affe ach das ist ein mongolit alter fast nagelmarm da passiert und wieder mal heilen ich weiß mal so übertrieben dass dann hier du hast keine chance um die ich mal in ruhe zu heilen bitte hier bitte schenke ich dir gratis aufs haus alter so keine ahnung ich bin noch da ne ich bin jetzt halt nur die musik die haben so beschissene waffen ne na das war meine muni ich sehe jetzt mal ruhe miete tatze alter wie noch die leiche geflogen ist ich muss dich plündern oh ja plündern die leopoldenfälle die rohinde sind echt dumm muss man zugeben man schießt auf das Vieh und das Vieh kommt auch noch auf seinen Zugewand das ist echt intelligent erzogen das war mal ein Kugelslager Kugelslager 500xp xpedia.de und das wieder eine Todesaufgabe alter wie viele Autos sind hier schau mal um die musik gleich aus moment du ist das noch ein bisschen laut es ist ja so leise hier da habe ich auch keinen Bock drauf du raus du Schwein das war's du, dann muss ich hier erst recht abknallen ich mach's einfach weil ich kann so eine kiste, eine mulligkarte, eine mikrowelle, ne ich glaube das ist eine mikrowelle von der wo ist jetzt aber dahin da unten? ja mal richtig fett kohle, ne? naja fett, hm, so lala haben wir zwei leopolden? ne, immer tiger und ein leopold tarp hier brauch ich glaube ich eh nicht mehr komodos brauch ich glaube ich, ah, ich hab noch nicht alles fertig, ne von daher ich hab wieder ein bisschen leise auf der Irn dann haben wir ja neue Errungenschaften 32 GB, 16 GB, 32 GB 1 GB geb ich nicht, ich hab Terabyte ich hab ganz tolle Briefe, die ich mir überhaupt nicht durchlese weil die mir am Arsch rüber gehen, dem Arscher so, halt, zwei Relikte da eins, da eins und da ist sonst nix halt muss man alles wieder abklappern bevölkerung citrataluga talugu 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 ja orte citras tempel wow waffen A2000 ach, A2000 ach, A2000 nur scheißegal, was das für ne Waffe ist Transport LKW das ist doch der GT he, Shetsky ja, Shetsky ja, Shetsky gesprochen Tierwelt Paradiesvogel da haben wir ja alles kalt abgeknallt ne ach, der weiße Tapir, ne ja der weiß Bauch-Tapir von mir aus jetzt brauchen wir noch Leopard und T-Shirt ein T-Shirt ein echter T-Shirt so, Muni äh, Sturmgewehr hab ich grad hier kennst mhm 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 alles was wir jetzt noch machen können das wir die komischen Wetter verkaufen mhm 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 und was wir noch machen könnten mhm mhm die Nase kauen mhm die ich hätte gern spezielles ne Trichpistole in der Goldene natürlich weil sie so awesome sind Konsumartikel Körbappanzer zack und Spritze holen ja, scheiß drauf Karten können wir uns eigentlich hochholen aber wie gesagt ich hab nicht lange Zeit das jetzt äh so detailliert wie nur möglich zu spielen weil ich hab's ja schon mal let's played da ich hab wirklich sehr 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 viel gemacht und wir holen jetzt mal das Ding ausrüsten ähm einfach mal gegen das Ding haben wir schon das RPG das kommt noch mal gut in der Hosentasche das Spielzeug für die Kinder einfach mal ein RPG kaufen dann die Höhle ich glaub da komm ich später eh nochmal hin glaub ich kann man mal reingucken was ich hab mit Klo ach klettern da hat er schon grad Klostein ja die kann man runter nein wir gehen jetzt nicht runter aber haben wir gesagt später mal wenn ich Zeit dazu hab die DING 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 ich werd trotzdem die Todaufgaben werd ich auf jeden Fall merken dann Piraten haben wir ähh ähh Metzger Waldermol Töte ein Messer damit es den Tieren wahrscheinlich besser geht 300 Meter in diese Richtung wir haben vergessen Moli zu kaufen jetzt schon mal die ganzen Wasserfälle wie warum ist das immer alles so weit weg ich muss ja mal heilen Spritze in den Armen perfekt eigentlich wieder Erfahrungspunkt ich weiß gar nicht ne weiß ich nicht hopp 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 hops 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 abenteuer im Schlagaffenland wollte ich grad sagen aber das ist hier mehr so der Urweite oder der Dschungel im Urweite Dschungel warum ist eigentlich der Unterschied huuue der ist richtig schön leise auch hm auch hier wahrscheinlich gleich am Gebäude hat er eigentlich den Bogen noch? ne schasse ich hab jetzt nicht wirklich was was mich sehr leise erscheinen lässt ne 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 ich mich runter rutscht scheiße warte mal ich hör die fast gar nicht wie ist die labern hm 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 eh ne ach du bist doch ein noch hunk alter wenn das jetzt der falsche gewesen wäre ich mir ausgerastet ach scheiße ich weiß nicht doch die fresse das war nichts für eure kisten ein smartphone schon so eine kehrige angehörte jetzt aus kommt jetzt mal hier rein oder hast du behindert oh gott nein und eine kiste das war ein einhorn ich habe eine idee wir beseitigen ihn sanft na klar ich schieße natürlich daneben mit ziemlich verkack eiern ist der maus du schwein du dummes schwein 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 wo ist die kiste sie mal schon nicht so richtig blinken ich mag wenn es blinkt mal wieder musik dann das war mal jetzt haben wir schon zwei smart tones können wir ins bäbel verkaufen die liegen hier mal alle rum ich habe kein moralisches verständnis von sowas das ist ja wie auf arbeit schlafen also mein typisches brot auf arbeit schlafen oder eigentlich rege ich mich auf arbeit nur auf hauptsächlich zur zeit aber stressbedingter hausfall alles drin kein ding ich habe schon eine glatze unter der glatze oh gott ich glaube ich mich selber umbringe so muss ich ihn als nächstes hin ich denke ich schon fast da ne gibt irgendwas was ich brauche nicht wirklich der draht zur vergangenheit gehen wir doch gleich mal hin die kleinen lehmes so mache ich immer gerne ein kleiner kurzer gena da 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 haben wir schon 4000 ein paar granaten wäre nicht schlecht irgendwas der alles mit sich rumsteppen kann das ist eine Brody ist ein wunder alter ich zieh mir nicht alles rein ach moment bevor ich jetzt wieder mit dem Waffen losziehe ganz ehrlich da kackig ein aufsatz 2 aufsätze ja warum nicht ähm das da wir waren aus äh auspassen anpassen schalldämpfer ich finde schalldämpfer mal geil kannst nichts falsch machen ey auch fischendes Visier ja und noch einen fetten schalldämpfer anbauen würde ich sagen noch ein bisschen anmalen Waffen ja weiß ist ja auch ey trotzdem rost dran egal wie du es anmalst also jetzt ach komm lass mal so chase drück ich hätte gern trotzdem meinen Schausschützen gewinnen schon allein wegen der ähm Aussicht also der Sicht in die Ferne und so drücke irgendwas ja neue Waffe ganz toll kann ich mir jetzt auch nichts von kaufen zack groß ah frische Luft ne gar nicht mal so schlecht so wo war jetzt mein falscher Knopf wo war jetzt meine ähm Mission da ist die Mission da stecken wir unseren fetten GTI nur leichter rausstellen nur leichter ausstellen hunde stil stil wo war es war das ich glaub ich hab ein paar hunde überfahren das hätte ich mitbekommen kann also nicht passiert sein Mit krassen 60 meilen pro stunde fahren wir durch die gegend alter wir brettern übers land wir fliegen geradezu nicht mal was fährt mehr 49 gespräch was ist los schätze eben ich nicht ich bin ein freund von dennis und du bist ein freund von dennis und das wüsste ich nein genau ich wette dass ich unsere ahnen die augen aus wegen dem was ihren wunderbaren tempeln passiert darum brauche ich deine hilfe eine gruppe von uns will die tempel wieder aufbauen aber wir vermissen die geschnitzten tafeln die einmal an den wänden die kaiserliche armee stahl sie vor über 60 jahren aber ich glaube sie sind immer auf der insel du willst also dass ich sie suche würdest du werde ich machen danke es ist meine ehre das wird aber ganz schön teuer mein freund wie immer ich bin halten und die tempel wieder aufbauen ohne ich sag dazu einfach mal nichts hoffe ich bin wieder schlank ey na geh doch drauf das ist doch ein arschloch geh doch einfach geh doch weiter mit dem los ich zu dumm oder zu dumm dafür ich glaube ich bin ich habe den controller ging okay das war ein bisschen seltsam ich fühle mich verarscht komm ich denn ich gehe weiter vom mikro weg das ist natürlich auch geil was soll denn hier seien ich rauskommt nicht oder ist das ach hier gibt es ja mehrere ich dachte das ist jetzt nur dieser eine tempel okay schlägt sie mal noch nicht ach da ist eine tafel oh alter okay 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 Vielen Dank.